Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Camping Cowboys. Ich habe mir einen Bus gekauft. Was ich mit diesem Bus vorhabe, welcher Bus das ist und wie ihr den besten Kassenwagen für euch selbst findet, das sage ich euch gleich. Dieses schmucke Vehikel hier ist ein Opel Vivaro Kastenwagen mit 125 PS in weiß wie 10. Turbo, natürlich seitlich mit einer Schiebitür, hier mit Glas, hinten Flügeltüren auch mit Glas. Das hat den Vorteil, dass ich keine Fenster selber hineinschneiden muss oder hineinschneiden möchte, weil ich da nicht so bewandert bin. Der Laderaum hinten, komplett leer, wie man sieht, ohne Verkleidung, knapp 3 Meter Länge und 1,60 Meter in der Breite zwischen den Radkästen, 1,20 Meter. Mit Allwetterreifen, was ich grundsätzlich immer empfehle und was ich persönlich sehr toll finde, weil man braucht einfach keinen zweiten Satz Reifen. Man fährt mit den gleichen Reifen, sowohl im Winter als auch im Sommer. Hinten drin befindet sich eine Trennwand, die lasse ich auch drin. Warum ich die drin lasse, erzähle ich euch später. Des Weiteren gibt es hier in diesem Bus noch ein Regensensor, ein Lichtsensor, USB-Anschlüsse, ein Tempomat und allen möglichen anderen Schlunz, den eigentlich keiner braucht, der aber halt dabei war. Ich habe ihn gekauft als Jahreswagen, also ein bisschen mehr als ein Jahr alt mit 40.000 Kilometer, aber 40.000 Kilometer für einen Diesel wie Turbo, wie er hier verbaut ist, ist ja eigentlich noch gar keine Laufleistung. Ja gut, er ist weiß, aber was will man machen? Diese Kästen wegen gibt es fast nur im Weiß, weil es ein Handwerkerauto ist und ich schätze einfach mal, die Handwerker kaufen die in Weiß, weil sie dann hier die Beschriftung für ihre Firma anbringen. Hier sehen wir nochmal den Innenraum, relativ spartanisch, Schaltgetriebe, aber grundsätzlich ist alles da, was man braucht, um dieses Auto von A nach B zu bewegen und darauf kommt es ja an. Und so wie fast jeder Kastenwagen natürlich ein Dreisitzer. Warum habe ich mich jetzt genau für diesen Kastenwagen entschieden? Also bei mir war ausschlaggebend natürlich ein gewisses Budget. Dieser Kastenwagen hier hat 16.500 Euro gekostet, was preislich, denke ich mal, so im Mittelmaß liegt. Ich habe mich hauptsächlich dafür entschieden, weil der in die Tiefgarage passen muss und das ist echt knapp. Okay, jetzt kommt es drauf an. Ich habe Angst, es sieht sehr knapp aus. Ich bin echt gespannt, ob das hinhaut. Okay, los geht's. Au, 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 au. Oh, bitte, tu es nicht. Leckt mich am Arsch, das sind nur Zentimeter, sage ich euch. Hier auch jetzt ganz grob. Seht ihr die Decke? Oh, kacke, ey. Okay, und jetzt glaube ich, kommt das Schlimmste. Jetzt muss ich in meinen Parkplatz rein. Das wird eine Oberkatastrophe. Jetzt kann ich kurz nicht quatschen, ich muss mich jetzt konzentrieren. Oh, ist das knapp. Okay, so habe ich mir das ungefähr gedacht. Aber ich glaube, für das erste Mal, ich glaube, ich bin ganz gut hingekommen. Ich glaube, ich komme da gut rein. Wie sieht es denn? Ich glaube, ich glaube, ich bin ganz gut. Oh Gott, die Spiegel. Das seht ihr da drüben nicht, aber da ist wirklich nur noch ein Zentimeter. Wie sieht es da aus? Oh shit, Alter. Oh fuck. Boah, der Spiegel! Okay, da muss mein Auto fahren können, behaupte ich jetzt mal. Oh, Freunde der Nacht. Katastrophe. Ich zeige euch das gleich noch von außen. Also das glaube ich ist, der Parkplatz ist mal ausgefüllt, würde ich sagen. Okay, also wir sehen, es ist wirklich knapp. Wirklich knapp, aber er steht hinten jetzt gar nicht so krass weit raus, wie ich gedacht habe. Und deswegen H1, weil sonst wäre die Nummer nicht gegangen. Aber das ist schon, das ist schon echt knapp. Der Parkplatz ist voll. Aber genau darauf sind ja diese Kasten wegen ausgelegt. Also H1, L2, 1,97 Meter hoch. Die meisten Tiefgaragen, die meisten Parkhäuser 2 Meter hoch. Und seit Neuestem auch, wenn man an einen See will oder sonst irgendwas, wo man keine Wohnmobile haben will, 2 Meter Schranke oben. Nicht mit mir. Und einer der wenigen Kasten wegen, die ich gefunden habe, die hinten schon von Haus aus komplett leer sind. Was total toll ist zum Ausbauen, weil man muss nicht viel rausschmeißen. Und ich glaube, das ist der Kastenwagen, den ich gefunden habe in diesem Preissegment, der wo wirklich hinten sauber ist. Aber da sage ich später nochmal was dazu. Kann hier dran liegen, dass es vielleicht vom Opel Händler selber gefahren worden ist und gewartet worden ist. Und was habe ich vor mit diesem Kastenwagen? Natürlich werde ich ihn ausbauen zum Camper in guter alter Camping-Cowboy-Manier. Frei nach dem Motto. Günstig, aber trotzdem geil. Angefangen habe ich schon mit dem Bus. Ein Bus für 16.500 Euro. In der Preislage, mit der Ausstattung als Jahreswagen. Ich glaube, da habe ich schon mal gut angefangen mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das passt. Der ganze Ausbau, ich sage mal, ohne die losen Teile, die ich reinlege, also ohne Matratze, ohne Stromversorgung. Die Stromversorgung wird übrigens auch sehr, sehr spannend. Da könnt ihr euch auch was freuen. Das mache ich ganz anders als die meisten. Und dann soll das Roundabout unter 1.000 Euro laufen. Und wie es sich für einen Camping-Cowboy gehört, werde ich den Bus in einem gewissen Thema ausbauen. Und zwar ist das Thema Saloon. Das heißt, hier hinten, wenn ich die Türen aufmache, hier hinten kommt ein Regal hin mit Auszügen. Und hier steht die Bar. Hinter der Bar, ungefähr in diesem Bereich, wird ein 2 Meter mal 1,40 Meter Bett stehen. Mit Matratze, mit Lattenrost, mit allem was dazu gehört, damit ich hier auch wunderbar übernachten kann. Hinter dem Bett zur Fahrerseite hin, bin ich mir selber noch nicht ganz sicher, was ich einbauen soll. Das werde ich dann grob entscheiden, wenn mal die Bar und das Bett stehen. Da muss ich erst gucken, wie viel Platz ich habe. Aber ich denke, hier in diesem Bereich wird es einen Sitzplatz geben. Vielleicht auch noch einen Tisch zum Runterklappen. Das weiß ich noch nicht genau. Das entscheide ich, wenn es soweit ist. Natürlich wird der Bus komplett gedämmt, verkleidet und es kommt ein wunderschöner Boden rein. So viel zu meinem Bus und zu dem, was ich vorhabe. Und jetzt kriegt ihr noch ein paar kleine Tipps, wie ihr zu eurem perfekten Kastenwagen kommt, auf was ihr am besten achten solltet. Und über die Versicherung werden wir uns auch noch kurz unterhalten. So, als erstes müsst ihr euch natürlich erstmal überlegen, was für einen Bus möchtet ihr kaufen. Die gibt es ja in verschiedenen Größen, in verschiedenen Farben und Formen und Variationen. Ihr müsst euch überlegen, habe ich Platz für so ein Auto überhaupt? Also wie gesagt, in meinem tiefgarabischen Parkplatz, wie man gesehen hat, ist es schon relativ knapp. Wenn ihr natürlich mehr Platz habt, ist es natürlich, wie immer im Leben, je größer, desto besser. Natürlich gibt es diese Autos auch in L1 H1, also eine Nummer kürzer. H steht dabei immer für Höhe und L für die Länge. Und das geht hoch bis L4 H3 und das sind dann schon richtige, richtige Brummer. Dafür habe ich leider keinen Platz. Daher ist das für mich die optimale Lösung. Wenn ihr dann für euch die passende Größe gefunden habt, geht es natürlich darum, was für eine Marke kaufe ich, was für ein Modell kaufe ich. Ich habe mich hier für den Opel Vivaro entschieden. Und ich werde mal kurz die fünf, ja doch die fünf Autos in dieser Größe, werde ich kurz mal sagen, warum ich mich für diesen Opel Vivaro entschieden habe. Fangen wir an mit dem VW-Bus, mit dem sogenannten Bulli. Ich persönlich, und das ist meine persönliche Meinung, ist, dass der VW-Bus Preis-Leistungs-Verhältnis nicht ganz so gut ist. Heißt folgendes, jeder will einen Bulli haben, der ist total im Trend. Und von daher meines Erachtens für das, was man bekommt, etwas zu teuer. Das andere, was mir beim Bulli nicht so gut gefallen hat, ist, dass er oben schmälert wird. Das heißt, ich habe einen Platzverlust und er ist schwieriger zum Ausbauen. Und für jemanden, der das noch nie gemacht hat, könnte das durchaus schwierig werden. Oder auch für jemanden, der wenig handwerkliche Erfahrung hat. Der zweite in der Runde ist der Ford Transit. Der Ford Transit, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein wunderschönes Auto. Ich bin auch von der Qualität und von der Ausstattungsmöglichkeiten eines Ford Transit begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war lange überlegen, ob ich einen Ford Transit kaufe, aber ich habe ihn mir dann in live angeschaut. Und das ist das gleiche Problem wie beim VW-Bus, er wird oben schmäler. Daher war das für mich auch keine Option. Ich möchte auch gerade Wände haben, weil ich eventuell an der Seite noch Hängeschränke anbauen möchte, weil ich einfach ein Riesenbett drinstehen halten werde. Und dann gibt es eigentlich auch schon nicht mehr viel. Position 3, 4 und 5 belegen hier der Opel Vivaro, der Renault Traffic und der Fiat Talento. Diese drei Autos ist aber völlig wurscht, welches man kauft, weil soweit ich weiß, sind die baugleich. Von daher egal. Daher ist es eigentlich völlig egal, welchen von den dreien ihr kauft. Bei allen dreien, was mir sehr gut gefällt, nur hier schon sieht, ich habe das mal ein bisschen eingestellt, also hier oben geht nichts zusammen. Hier habe ich relativ gerade Wände. Natürlich habe ich hier auch eine kleine Krümmung drin, aber bei weitem nicht so schlimm, wie zum Beispiel beim VW-Bus oder beim Ford Transit. Das nächste ist, wo finde ich so einen Kastenwagen? So einen Kastenwagen findet man entweder beim Händler oder im Internet. Oder man hat einen super guten Kumpel und Bekannten, der einem den günstig verkauft. Wenn man sich im Internet umguckt, muss man sich immer überlegen, kaufe ich ihn vom Händler oder kaufe ich ihn von einem Privatmann? Der große Unterschied dabei ist, wenn ich von einem Privatmann kaufe, der muss mir keine Garantie geben. Das heißt, ich kaufe das Auto so wie gesehen. Ich würde euch daher empfehlen, beim Händler zu kaufen. Beim Händler zu kaufen hat auch noch den Vorteil, dass wenn man nett und freundlich ist, und das würde ich euch immer empfehlen, kommt nicht her, wenn der Bus jetzt 16.500 Euro kostet und sagt, du pass auf, hi, ich bin der so und so und für 10 nehme ich ihn mit. In dem Moment macht der Vertreter, der Vertreter, sage ich schon, der Verkäufer macht zu und sagt, was bist du für einer? Geh weg. Ja, und wie man weiß, mit Freundlichkeit kommt man immer am weitesten. Ich habe mich mit diesem Verkäufer super gut verstanden. Ich bin Probe gefahren und er hat mich gefragt, ob irgendwas ist und ich habe gesagt, ja. Also ich habe vorne in der Frontscheibe vier Steinschläge gefunden, dazu einen Steinschlag genau im Sichtfeld vom Fahrer und somit ist der TÜV infällig. Daraufhin hat er mir auf Kulanz eine komplett neue Frontscheibe eingebaut, hat mir fünf Jahre Garantie gegeben, hat den TÜV neu gemacht, hat HU neu gemacht, hat das Auto komplett innen und außen sauber gemacht. Wenn ich beim Händler kaufe, kann ich solche extra Leistungen rausschlagen, ohne Preisaufschlag. Beim Privatmann, wenn ich kaufe, geht sowas natürlich nicht und da ist es gekauft, nie gesehen. Kommen wir nun zu den Dingen, auf die man allgemein schauen sollte bei einem Autokauf. Ich bin persönlich auch kein Automechaniker, ich kenne mich nicht so gut aus mit Autos, aber auf ein paar Dinge sollte man natürlich auch als Laie, so wie ich, achten. Also, als erstes Check-Heft gepflegt. Check-Heft gepflegt ist immer quasi eine Garantie dafür, dass der Service regelmäßig gemacht worden ist und das technisch mit dem Auto zu einem großen Prozent, also mit ziemlicher Sicherheit, alles in Ordnung ist. Natürlich laufe ich auch mal um das Auto rum und gucke mir an, ob irgendwelche Beschädigungen am Auto sind, ob ich irgendwelche Kratzer habe, ob ich Steinschläge auf der Windschutzscheibe habe, ob irgendwo Dellen sind, ob der Innenraum, auch mal den Innenraum angucken, ob da irgendwas total kaputt ist. Auf solche Sachen, glaube ich, kann jeder schauen. Wenn ihr könnt, guckt auch mal hinter die Radabdeckung, schaut euch die Bremsscheiben an, sind die Bremsscheiben arg zerkratzt oder haben sogar Risse, gleich Finger weg. Oder wenn ihr beim Händler seid, macht ihn darauf aufmerksam. Vielleicht montiert er euch auch noch neue Bremsscheiben. Hier natürlich auch drauf gucken, hier oben. Profil vom Reifen, ist noch genügend Profil da. Hier gibt es ja diesen typischen Test für das Profil. Und zwar nehmt ihr ein Euro-Stück und ist der äußere Ring, verschwindet der in der Rille vom Reifen, habt ihr noch relativ gute Reifen und könnt noch eine Zeit lang damit fahren. Was auch ein guter Indikator ist für neue Reifen, ist, wenn hier diese Gumminotten noch größtenteils dran sind, dann sind die Reifen auch relativ neu. Worauf ihr auch auf der Probefahrt oder wenn ihr ums Auto rumlauft, achten solltet, sind Spaltmaße. Spaltmaße ist zwischen der Karosserie, diese Spalten hier. Und diese Spalten hier sollten sowohl oben als auch unten komplett gleich sein. Sind diese Spaltmaße oben zum Beispiel sehr dünn und unten gehen sie sehr weit auseinander, ist es ein Zeichen dafür, dass der Bus oder das Auto allgemein irgendwo mal einen Rempler bekommen hat und die Karosserie verzogen ist. Schaut euch an und fragt vor allem auch, wer hat dieses Auto vorher gefahren? Wie viele Vorbesitzer gibt es für dieses Auto? Gerade beim Bus oder beim Kastenwagen ist es so, dass diese Autos häufig von Handwerkern gefahren sind. Und es tut mir leid, liebe Handwerker, dafür möchte ich mich jetzt schon entschuldigen. Also ich habe mir auch ein paar Handwerkerautos angeschaut. Die sind schon sehr belastet mit Macken, auch die in den Räumen sind sehr kaputt. Was ihr euch auch auf keinen Fall kaufen solltet, sind Autos von gewissen Firmen, die diese Wagen verleihen. Die sind auch meistens katastrophal. Vor allem im Innenraum sind sie sehr kaputt. Und außen auch. Natürlich lohnt es sich auch immer, einen Blick unters Auto zu werfen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch drunter geguckt. Aber als Laie für mich konnte ich jetzt nichts feststellen. Egal bei welchem Auto ich drunter geguckt habe. Wenn ich unten drunter geguckt habe, habe ich geschaut, ob unten drunter irgendwo Flüssigkeiten austreten, Flüssigkeiten raustropfen irgendwo, ob viel Rost da ist. Mehr habe ich wirklich nicht geguckt, weil ich als Laie auch da keine technischen Mängel mit dem Auge feststellen kann. Kommen wir nun zu den Dingen, die man sich speziell bei einem Kassenwagen angucken sollte. Lauft nicht nur um das Auto runter, guckt nicht nur unter dem Kassenwagen, sondern schaut euch auch vor allem das Dach an. Ich meine, der H1 ist nur in Anführungszeichen 1,97 Meter hoch, aber trotzdem schaffen es manche Leute, auch diese Kassenwagen auf dem Dach kaputt zu machen. Und, außer ihr seid über zwei Meter groß und könnt rauf gucken, würdet ihr das sehen. Ansonsten bitte guckt auch aufs Dach. Da sind die auch oft, sehr oft zerkratzt, zerdellt oder irgendwas dergleichen. Das nächste, was ihr euch bei einem Kassenwagen unbedingt angucken solltet, ist der Boden. Und zwar, ich meine nicht den Boden, der oben drauf liegt, sondern der Boden unten drunter. Da ist es relativ schlau, hier unten mal drunter zu gucken. Ich hatte viele Kassenwägen, da ist hier unten schon der Rost rausgelaufen. Also, wenn ihr könnt, guckt am besten unter diesem Bodenbelag, der hier reingelegt ist bei den meisten Kassenwägen. Da unten drunter sieht es meistens aus wie Saug und da rosten wir auch ganz gern, weil die Ladung kommt rein, ist vielleicht vom Regen nass oder der Fahrer oder der Handwerker oder wer auch immer läuft hier rein mit nassen Schuhen und es läuft seitlich hier hinten, läuft es dann unter die Abdeckung, trocknet mich richtig und da gibt es oft richtig Dreck und richtig Rost. Vor allem, wenn diese Bodenplatte verschraubt ist, also bei mir liegt sie ja nur drin, da habe ich Wert drauf gelegt, wenn die verschraubt ist, diese Schrauben, wo hier dann der Boden befestigt ist, die rosten ganz gerne und die kriegt man dann im Leben nicht mehr raus, muss sie abflexen. Der nächste Tipp, den ich euch geben möchte, ist der, guckt euch die Frontscheibe an. Die Frontscheiben haben sehr oft Steinschläge, wie es bei mir auch der Fall war. Das liegt einfach daran, dass die Frontscheibe von diesen Bussen oder von diesen Kastenwegen einfach viel steiler steht, als bei einem normalen Auto. Also hier steht die Scheibe ungefähr so und bei einem Auto wäre sie viel flacher. Das Problem dabei ist, je steiler die Frontscheibe ist, desto höher ist die Aufschlagskraft von einem Stein. Daher immer bitte gucken auf Steinschläge, falls ihr auf Steinschläge, so wie es bei mir war, im Sichtfeld vom Fahrer habt. nicht kaufen oder ich habe auch Busse gesehen mit gerissenen Scheiben nicht kaufen, ist nämlich eine Sache mit dem TÜV. Da sagt der TÜV, nein, nein, und so eine Frontscheibe kostet gern mal 800 bis 1000 Euro. Wenn ihr Glück habt, vielleicht auch 700 Euro, weil das sind wirklich Riesenscheiben mit Einbau. Das wird richtig teuer. Das ist aber auch schon eine super schöne Überleitung zum nächsten Thema und zwar Versicherung. Thema Versicherung. Es ist das eine, so ein Auto zu kaufen, das andere ist es zu unterhalten. Und diese Kastenwegen und auch die Busse, aber vor allem die Kastenwegen, sind sehr teuer in der Versicherung. Das heißt, mit diesen Kastenwegen werden sehr viele Unfälle gebaut und je mehr Unfälle ich mit einem gewissen Fahrzeugtyp habe als Versicherung, desto teurer stufe ich diesen ein. Ein kleines Beispiel bei mir persönlich. Ich zahle momentan 810 Euro Vollkaskoversicherung. Ich bin aber sehr, sehr niedrig schon mit den Prozenten. Ich glaube, ich bin bei 28 Prozent Versicherung. Da spielt natürlich noch viel mehr mit rein, ob ich unter 25 bin, ob nur ich dieses Auto fahre oder ob es jemand anders fahren darf. Wann hatte ich meinen letzten Unfall? Bei welcher Versicherung bin ich? Ich glaube, das dürfte jedem klar sein, dass da viele Faktoren mit einspielen. Aber grundsätzlich kann man sagen, diese Autos sind in der Versicherung nicht günstig. Was man auf jeden Fall machen sollte und das habe ich vorhin, glaube ich, bei der Frontscheibe schon angedeutet ist, man braucht unbedingt eine Glasversicherung. Also die Glasversicherung würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Habe ich auch gemacht. Und die kostet nichts. Also bei mir hat die Glasversicherung zusätzlich, glaube ich, 30 Euro gekostet. Wenn ihr wie ich vorhabt, einen Kastenwagen zu kaufen, mit abgetrennter Fahrerkabine, seid ihr eigentlich in den meisten Fällen schon in der LKW-Zulassung. Und diese LKW-Zulassung macht die ganze Sache noch mal günstiger. Was ich auch noch dazu sagen will, ich sage es jetzt einfach, es gibt gewisse Dinge, die am Fahrzeug oft verändert werden, ausgebaut werden, sei es solche Wände, sei es Rücksitzbänke oder sonst irgendwas. Euch muss im Klaren sein, alles, was fest verbaut ist und ihr entfernt, wie zum Beispiel hier bei der Rückwand. Bei meinem Auto ist es so, ich habe mich vorher erkundigt, die, wenn ich entfernen würde, die ist auch mit zur Ladungssicherung verantwortlich oder mit für die Ladungssicherung verantwortlich. Das heißt, wenn ich diese Rückwand einfach entfernen würde und würde das nicht mit dem TÜV absprechen, hätte ich eine Veränderung im Fahrzeug, die dazu führen kann und hier in meinem Fall auch dazu führt, dass meine Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erlischt. Eine erloschene Betriebserlaubnis bedeutet automatisch kein Versicherungsschutz. Passt also auf, was ihr ein- und ausbaut, vor allem was ihr ausbaut, weil wenn die Betriebserlaubnis erloschen ist, die Sache kann ziemlich hässlich werden. Aber es gibt einen kleinen Lichtblick am Ende des Tunnels und zwar diese LKW-Zulassung und diese teure Versicherung. Da gibt es einen kleinen Kniff, da kann man die umgehen und die nennt sich Wohnmobilzulassung. Wohnmobilzulassung bei mir zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, ich habe 810 Euro Vollkaskoversicherung, was bei meinen Konditionen schon relativ günstig ist. Mein Kumpel hat auch ein Opel Vivaro, der zahlt 1100 knapp, ist aber auch schon relativ niedrig von den Prozenten und wenn ihr noch nicht so lange Auto fahrt oder vielleicht mal kurzzeitig einen Unfall hattet, kann das auch mal leicht 1500 Euro im Jahr Vollkaskoversicherung kosten. Diese Wohnmobilzulassung kriegt man vom TÜV. Darüber werde ich auf nochmal genauer eingehen, die ich mir natürlich holen werde, diese Wohnmobilzulassung. Und was dazu alles nötig ist, erzähle ich euch in einem der folgenden Videos, wenn es dann soweit ist, kurz bevor wir zum TÜV fahren. Denn dann ist es bei mir zum Beispiel so, dass meine Vollkaskoversicherung von 810 Euro auf 396 Euro fällt, nur durch dieses Umschreiben auf die Wohnmobilzulassung. So, ich bedanke mich echt herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, guckt noch ein bisschen bei uns auf den Kanal, wenn euch der Kanal gefällt, abonniert ihn und aktiviert die Glocke, um den ersten Teil vom Busausbau nicht zu verpassen. Da werde ich den Boden dämmen und die Bodenplatte einbringen. In dem Sinne, ich bin der Scar von den Camping Cowboys, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020